Ja und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Infovideo, ich bin's euer Never und zwar wollte ich nochmal schnell sagen, wegen der Folge die heute nicht raus kam von Watch Dogs es tut mir leid ich kam nicht mehr dazu es hochzuladen, denn es gibt immer noch massive Internetprobleme bei mir, die ich heute früh erstmal beheben musste und zwar geht bei mir manchmal das Internet aus, wenn meine Mutter den Hauptrechner, der nicht mein Rechner ist, umstöpselt und dann kann ich erstmal alle Router neu starten und ewig rummehren, bis ich das wieder gelöst habe dadurch kam ich heute nicht zum hochladen der Folge und auch beim letzten Mal, da gab's ja im Facebook gibt's ja immer die Informationen dazu, wer es noch nicht weiß, einfach bei Facebook klicken und das war eigentlich schon alles, mehr wollte ich gar nicht sagen, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen zu einer neuen Watch Dogs Folge, denn die lade ich heute Abend dann hoch Ciao!